Guten Tag, SDH Senaldin. Sie sind Kinderärztin, vor vier Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Sie arbeiten derzeit im Impfzentrum des Landkreises Tübingen und wir sprechen über Corona-Schutzimpfungen. Warum ist es denn wichtig, dass sich möglichst viele Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen? Warum? Weil die Impfung gegen Corona oder gegen Covid-19 ein großer lichter Blick oder können wir sagen, das Lebensmittel im Kampf gegen das Coronavirus ist. Die Impfung sinkt das Risiko einer Corona-Erkrankung mit schwerem Verlauf und Langzeitfolgen. Deswegen, je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger infizierte Personen schwer erkranken oder ein Krankenhausaufenthalt benötigen. Wir schützen durch die Impfung also nicht nur uns selbst oder unsere Familien, sondern schützen auch die anderen, die die Krankheit häufiger und gefährlicher bei ihnen auftreten kann. Daher sagen wir immer, wir für einen Schutz oder für einen besseren Schutz sollten aber so viele Menschen wie möglich geimpft sein. Und dann machen wir, wir für einen Einzelnen, wir müssen alleine auf die Impfung verschwenden Menschen verleten. Vielen Dank.